Servus Freunde, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Freunde, wir hatten im letzten Video den Must Age Jungle Juice und wir gehen weiter zum Must Age Caribbean Drum. Wie viel er kostet, was er kann, wonach er schmeckt, all das erfahrt ihr hier in diesem Video, deswegen bleibt bis nach dem Intro dran und jetzt viel Spaß dabei. Ja Freunde, wie gesagt, es geht heute um den Must Age Caribbean Drum. Ich muss sagen, ich würde lügen, wenn ich sage, ich freue mich, den zu testen. Ich scheiße mir so ein bisschen in die Hose. Must Age Caribbean Drum, was soll das Ganze sein? Das Ganze ist ein karibischer Rum oder ist halt ein Rum Flavor. Kostenpunkt habt ihr hier 5,90 Euro. Ich habe mich beim letzten Mal versprochen, 5,90 Euro für 25 Gramm. OVP ist genau dasselbe wie beim Jungle Juice von letzter Woche. Schnitttechnisch zeige ich euch jetzt mal so, ist aber im Endeffekt genau dasselbe. Deswegen, wer den Schnitt genau sehen will, guckt sich das Video von letzter Woche an. Ist jetzt nicht mehr viel drin, weil ich habe das Köpfchen vorgebaut. Ich habe den Fehler diesmal nicht gemacht, dass ich dann ewig warten muss, bis wir rauchen können. Die Kohle liegt jetzt eigentlich schon viel zu lange hier oben drauf. Aber nichtsdestotrotz sage ich euch mal, was hier dazu beschrieben ist, beziehungsweise was in dem Fall Mose dazu geschrieben hat. Und zwar, wonach schmeckt die Tabaksorte Caribbean Drum von Must Age? Caribbean Drum durchdringt... Genau. Sprachenlernen Bubble Caribbean Drum durchdringt der süßlich scharfe Flavor eines authentisch karibischen Rums. Dieser edle Geschmack ist etwas für hautigen und echte Genießer. Und in Kombination mit dem hochwertigen Burley Tabak ergibt sich ein herbes und rauchiges Aroma, das seine Geschmacksknuspen verwöhnt. Das wage ich in meinem Fall zu bezweifeln. Ich bin jetzt auch kein Rumtrinker, muss ich ehrlich sagen, aber ich hatte irgendwie Bock. Ich habe das Video bei Vuhu gesehen und irgendwie hat es mich einfach gecatcht, den zu testen. Ja, wir machen erstmal eine Geruchsprobe. Eine Geruchsprobe und dann gehen wir später da rein. Gut, nächsten rein. Jo, safe. Also es ist safe ein Rum. Es ist aber kein so billig Rum, der so nach Alkohol riecht. Es ist eher so ein süßlicher. Würde ich wirklich unterstützen. Ich schaffe eher weniger. Ich würde wirklich eher sagen, so ein süßlicher Rum. Und es geht vom Geruch fit. Es geht echt fit. Es ist nicht dieses, ich sage mal, dieser Rum für einen Zehner oder so oder was ein Rum halt kostet. Ich bin jetzt nicht so der Rumtrinker. Aber was ein billiger Rum halt kostet, so ein Zehner, sagen wir jetzt einmal, der brutalst nach Alkohol riecht. So riecht der gar nicht. Er riecht süßlich, aber er riecht schon, man riecht diese Rumnote schon raus. So, jetzt haben wir das geklärt. Jetzt kommt der schöne Teil für mich. Also ich muss sagen, ich habe wirklich Respekt vor dem Flavor. Ich habe wirklich sehr Respekt davor, weil ich, wie gesagt, auch kein purer Rumtrinker bin oder so. Aber wie gesagt, ich hatte Bock auf den Flavor. Und ich kann mir den zum Beispiel, wo ich jetzt schon wieder einsteigen würde, mit einem geilen Cola-Tabak vorstellen. Aber wir gucken mal. Ich gucke mal, ob die Luft... So, wir drehen ja nochmal. Und dann gucken wir mal. Wie gesagt, ich habe das auch gebaut wie beim letzten Mal. Ja, das selbe Setup. Es ist krass, wie wenig trotz zu viel Minuten kommt. Ja, trotz, dass ich schon vorgebaut habe, auch der Kollege braucht ein paar Minuten. Also sehen wir uns gleich, wenn es läuft wieder. Ja, Freunde, da sind wir wieder. Ich habe dem Ganzen jetzt ein paar Minuten gegeben. Mittlerweile ist auch die zweite Kohle reingefallen. Deswegen denke ich, er hat jetzt genug Hitze. Und wir gucken mal, was jetzt passiert. Wie gut er schmeckt. Also ich gehe davon aus, nach dem Jungle Juice, dass auch hier der Flavor getroffen ist. Aber wir gucken mal. Also ihr seht, er ist definitiv da. Also ich kann schon sagen, er trifft diesen Rum-Flavor wahnsinnig gut. Wahnsinnig gut. Also ich bin, wie gesagt, kein Rum-Trinker. Zumindest nicht pur. So in der Cola kennen wir, denke ich, alle. Geht das schon fit, aber so pur nicht. Aber was bei dem Kollegen der Fall ist, der Rum-Flavor ist verdammt gut getroffen. Er ist wirklich verdammt gut getroffen. Ich merke auch jetzt schon wieder so diesen hinterherziehenden Blick. Ich habe es im letzten Video auch schon gesagt. So dieses Nikotin merke ich schon, weil ich halt einfach nicht der Typ bin, der Dark Blend unbedingt pur raucht. Ich nehme das Zeug eher zum Mischen. Wie gesagt, mit einem Cola-Tabak kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ihr habt hier definitiv einen Rum-Flavor. Der ist auch sehr gut getroffen. Und es ist auch nicht wie im Geruchstest so dieser alkoholhaltige Rum. Im Sinne von, dass es halt nur irgendwie nach Alkohol schmeckt. Es schmeckt halt wirklich nach einem schönen Rum. Es schmeckt relativ herb. Ihr habt dann auch so einen leichten Film auf der Zunge, wie ich finde. Aber es kommt so eine ganz, ganz leichte Süße mit. Also ich hatte mehr Bedenken bei dem Flavor. Er schmeckt mir besser, als ich gedacht habe. Ja, definitiv. Also ihr habt den Rum-Flavor. Ihr habt so dieses herbe Aroma von dem Rum. Und ihr habt so, ja man kann auch sagen, vielleicht so eine leichte Schärfe. So ein bisschen, ganz, ganz wenig. Für mich eher kommt dann noch so etwas Süßliches um die Ecke. Ist jetzt nicht mein Flavor, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist definitiv getroffen. Der Flavor, der hier versprochen wird, Rum, ist getroffen. Das definitiv. Und er ist sehr, sehr gut getroffen. Das kann ich sagen. Ja, ich bleib dabei. Der Rum-Flavor kommt einwandfrei durch. Wie beim Jungle Juice ist der Rum-Flavor sehr, sehr gut getroffen. Ihr habt eine herbe Note, eine leicht süßliche und leicht scharfe Note, so im Abgang. Und wer auf Rum steht, kann sich den Kollegen definitiv zulegen. Deswegen kriegt auch, obwohl es nicht mein Flavor ist, der Must-Age Caribbean Drum, eine Kaufempfehlung von mir. Ja Freunde, dann war es das an der Stelle schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Über ein Däumchen nach oben freuen. Und über ein Abo unter dem Video freuen. Ich glaube, hier ist doch Alkohol drin. Würde ich mich, wie gesagt, sehr freuen. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, wie ihr den Caribbean Drum findet. Wer ihn von euch schon probiert hat oder wäre es überhaupt ein Flavor für euch. Wie gesagt, pur, nicht so meins. Flavor aber einwandfrei getroffen. Ich werde ihn, denke ich, eher mit einem Cola-Tabak mischen. Und ansonsten, Freunde, wünsche ich euch eine entspannte Restwoche. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Und bis dahin geht natürlich auch heute der letzte Zug auf euch. Und wir sehen uns im nächsten Video. Wieder schauen und rein gehauen.